Hi ihr Lieben und herzlich Willkommen mal wieder zu einem Live-DM-Haul. Ihr wisst, ich liebe es zum DM zu gehen, wie viele Frauen auf dieser Welt. Ich bin mega gespannt, was es für schöne Neuheiten gibt. Ich brauche ein paar Dinge und es wird sowieso wieder mehr. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme euch mal wieder mit und gehe mit euch live durch den DM shoppen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Gucken. Die sind ja süß, die Rucksäcke. 14,95 Euro. Auch noch gefüllt. Sehr süß. Ostergeschenke. Kinder. Süß. 2,45 Euro. Ein festes Shampoo. Ja, willst du mal ausprobieren? Kokos. Ja, probier. Kokos sogar. Oh, cool. Ja, probier mal aus. Ich rieche bis durch die Maske. Ja? Stimmt. Oh, lecker. Das wird Selina bestimmt haben wollen. Nimm es mal mit. Das ist eine gute Idee. Süß, guck mal, dass ich ein Baby wacke. Aber ich muss leicht gebückt werden. Oh, die schönen Sommerfarben hier. Pistazie in gelb. Was schreist du denn rum? Was ist da? Guck, wenn du hier ein Glisco-Produkt kaufst, kriegst du sowas. Aber wo kriegst du das? Hier ist auch was Neues. Glisco-Spülung. Oh, ihr liebt ja ein Glisco. Das wisst ihr jetzt schon wahrscheinlich. Wo kriegt man das dann? Ach so, gleich hier unten irgendwo. Guck mal, hier. Ah, cool, weil ich mag ja das. Was kriegt man da geschenk? Das. Was, wenn du eins davon kaufst, oder was? Wenn du eins davon kaufst, oder was? Wenn du eins nur Foto kaufst. Okay. Das ist Spülung. Willst du die Spülung mitnehmen? Spülung habe ich ja, aber so Shampoo irgendwas. Ach so, Shampoo. Oder darf man nur Spülung? Das ist beide neu. Nee, aber das ist ja Spülung. Beim Kauf eines Glisco-Produkts. Ja. Also geht, oi, 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 das ist aber ein kleines Baby. Ja. Ja, dann wähl mal was aus, ne? Hier ist neues Haarparfüm von Balea. Ich mach am besten Pupen davon. Bezaumbundes Dufterlebnis. Hier sind auch Neuheiten. Siehen einfach cool aus, die Farben. Neonfarben. Shampoo Conditioner. Hier ist übrigens auch festes Shampoo von Balea. Ja, aber das kostet 2,95 Euro. Guck mal, hier oben, das kostet eigentlich 4,95 Euro, das kostet 2,45 Euro. Ah, das ist ein Angebot von Nivea. Ballons, Reismilch und Mandelmilch, aber ich denke mal hier Kokos macht man nichts. Kokos, stimmt. Und das sind die, glaube ich, aus der Werbung hier. Ja, ja, genau. Da kannst du sogar auf den Haken hängen. Ah, hier von Wareschätze gibt es das auch, guck mal. Was ist das? Shampoo. Hier sind auch noch von Naturbox, was ist das für eine Naturbox? Auch neu. So, das nehme ich mal wieder mit. Einmal in rosa und einmal in gold. Oh, ich habe hier was Schönes entdeckt, was Neues. Das ist ja sehr interessant, denn ich nehme mir ja schon seit Jahren dieses hier. Hier gab es auch mal in weiß, habe ich weiß genommen, aber jetzt jahrelang schon das hier. Ich bin zufrieden und es gibt hier was Neues. Das ist auch mit Peeling und das ist so gut. Wir brauchen Raviro. Wir nehmen die von Balea wie immer. Roy hat den Wagen voll beladen. Hier ist fast nichts mehr rein. Schweinerei. Hier ist auch was Neues von Balea in rosa. Sieht cool aus, ist das? Gesichtspasso. Ach, ich könnte mir das auch mal. Wir haben schon wieder was Neues entdeckt. BB Legegloss Shaker. Das sieht doch interessant aus hier. 3,95. So ein Dipgloss. Selena wollte, glaube ich, so was haben. Auch süß, guckt mal. Okay, Loki steht hier ganz alleine bei dem Shampoo. Ich nehme mal wieder meine Lieblingsschwämme zum Staubwischen mit. Die halten aber ein ganzes Jahr. Hahaha. Das ist so ein Blödmann. Warum sind die Handschuhe immer so teuer hier? Ich würde ja gerne welche mitnehmen zum Hackfleischkneten, aber nicht für 7 Euro. Guck mal bei Action. Hier sind auch ganz viele neue Sachen. Duftkerzen. Wow. Sie sehen ja cool aus hier, die Farben. So schön neon. Das sieht man gar nicht in der Kamera, dass hier so schön neon sind. Ach, Selena wollte ein Deo haben. Und da sehe ich auch, das sind zwei neue. Ich nehme mal das hier hin. Und das sieht irgendwie so schön aus. Ja, das wird hier so schön gefallen. Ganz wichtig, Feuchstücher, so ein Putz nehme ich lieber zweimal mit. Und zwar das hier. Und das riecht so, so schön. Und wir nehmen diesmal die Baby-Lockwindeln mit, für die Kleine. Oh, schön in rosa. Mhm. Ich möchte jetzt auch mal was für die Umwelt tun. Ich tue ja schon genug. Ich nehme ja mal das mit an der Werbung. Sherry. Und ich liebe ja Sherry. Ihr wisst ja, ich trinke ja nur Sherry. Magst du bestimmt die da bohlen. Hier. Wie süß sind die denn bitte in die Puh. Ja, wir nehmen mal verschiedene Gläschen mal mit. Gucken mal hier durch, was es so Leckeres gibt. Wir haben eigentlich noch, glaube ich, vier, fünf. Jetzt gibt es keine Spaghetti-Mack mit dem Mann, oder? Äh, keine Bolognese-Mack. Kochst du das für dich, Schatz? Nee, für mein Baby. Achso. Das muss aber Baby-Essen. Kaiserschmarrn. Oh mein Gott. Ja, warum gibt es das trotzdem nicht? Stangen. Wir nehmen mal Hirse-Stangen mit. Das ist ab acht Monate. Dann sind zum ersten Mal. Mal kauen. Morsi will schon auspacken. Was hast du da? Das ist so Bikini. Voll die süße Farbe. Cool. Also ich kaufe ja für Selina und Lukas jetzt von den normalen Duschgels, die wir auch nehmen. Aber, schaut euch mal das schöne Design hier an. Hier in ein Dusche. Best time. Das ist Shampoo und Spügel. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Das sieht voll schön aus. Und für Luki auch eins. Mit Fußball. Ja. So, und hier ist alles auf einen Blick. Falls ich euch vergessen habe, irgendwas zu zeigen. Der Roy hat hier alles schön hingestellt. Ganz ein Gläschen. Mit Rosmarin. Kartoffelnkalk. Okay. Klingt interessant. Ja. Aber ich glaube, ich habe euch alles gezeigt. Da war das offen. Ich weiß nicht, warum das offen war. Vielleicht hat jemand irgendwie da vor uns gerochen. Und es ist ausgelaufen. Deswegen ist ja alles nass. Ja. Genau. Ich danke euch. Bis zum Schauen, ihr Lieben. Und hier sind schon Kekse. Aber Mausi will es nicht mehr hergeben. So, ihr Lieben. Unser Shopping bei dm ist leider zu Ende. Das geht immer so schnell vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns im morgigen Familienvlog wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.